Was für ein Pump! Sehen wir weitere Höhen oder eher nicht? Herzlich Willkommen liebe Kryptonauten, liebe Zuschauer zu einer neuen Ausgabe der wöchentlichen Marktanalyse der Kryptonauten. Wir hatten ja fast keine Volatilität im Markt, bis natürlich irgendwann auch wieder Volatilität reinkommen muss. Und somit sahen wir den Ausbruch, der für manche vielleicht in die richtige Richtung geht, für manche natürlich in die falsche Richtung. Wieso manche Leute denken, dass es die falsche Richtung ist und ein Fake-Out schauen wir uns gleich mal an. Und natürlich auch warum die Leute eigentlich gedacht haben, dass wir nochmal ein Lower-Low bilden, kommt vielleicht noch, wer weiß. Aber war erstmal nicht so. Steigen wir weiter oder war das plus ein Fake-Out? Wir schauen einfach auf die Charts und natürlich mit Bitcoin und Ethereum. Anfangen tun wir mit Bitcoin. Ich habe euch mal den Tageschart aufgemacht und wir hatten ja relativ lang, also seit September mit so einem kleinen Ausbruch nach oben, seit September eigentlich immer so eine Seitwärtsbewegung zwischen 20.000 und 19.000 Dollar. Also immer so zwischen 20.000 und 19.000 oder 18.500 und ja, ging nicht viel. Es war die Volatilität, war relativ niedrig. Wir gucken mal niedrig, wir gucken mal auf unsere Moving Average Linien im Tageschart. Und zwar haben wir hier die grüne Linie, das ist unsere 50-Tageslinie im Tageschart, liegt bei 19.700 und unsere 50-Tageslinie im Tageschart, ja, liegt bei 25.000 oder 24.900. Ja, so. Wir schauen mal auf den Wochenchart und da sieht es aktuell so aus, dass unsere, wo ist es denn, unsere 200-Wochen-Linie, das ist die rote, bei 23.000 sind immer noch drunter, also wir sind definitiv im Währmarkt und unsere 50-Wochen-Linie liegt bei 32.000. Starker Ausbruch die letzten Tage und was ist passiert? Wir schauen uns einfach mal so ein bisschen die anderen Seiten an, beziehungsweise in einem 1-Stunden-Chart schauen wir einfach mal, was denn so die letzten Tage so passiert ist. Wir hatten ja mehrere Ausbrüche, mal wieder hier oben auf 19.800. Dann ist der Kurs natürlich wieder abgeprallt, kurz vor 20.000 wieder abgeprallt. Wir haben hier übrigens ein M-Pattern gebildet. Dann hatten wir hier unten ein Falling Wedge. Dieses Falling Wedge bricht in der Regel nach oben aus, was es auch getan hat. Und zwar sehen wir, dass wir diesen Pfeil hier, zeichne ich jetzt gerade mal einen, sehen wir, das ist unser Preisziel. Das sieht man von der längsten, so oberen Kante, setzt dann die hier oben beim Ausbruch an. Und dann sieht man, bis wohin der Kurs geht. Und ja, wir haben eine starke, massive Kerze dann gehabt im Stunden-Chart, die nach oben ausgebrochen ist. Nochmalige Bestätigung auf die obere Linie, bevor es wieder nach oben geht und nochmal weiter nach oben ging. Dann sind wir wieder so, waren wir wieder so bei 19.500, 19.600. Dann haben wir einen Rising Wedge gebildet. Und quasi ein aufsteigendes Dreieck. Und Preisziel waren dann hier unten so bei 19.300. Wurde natürlich mit diesem Ausbruch nach unten hier eigentlich dann quasi auch verfüllt. Ja, dann ging es natürlich wieder so ein bisschen runter. Ich habe hier so eine blaue Linie als ein bisschen Widerstand eingezeichnet. Dann ging es runter, 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 runter. Wir hatten wieder die 19.000 erreicht. Also wie gesagt, zwischen 20.000 und 19.000 hatten wir eine lange Side-Wars-Bewegung jetzt. Dann ging es mal wieder kurz hoch, wieder auf 19.300, dann wieder runter auf 19.000. Und so ging es eigentlich die ganze Zeit. Traden konnte man eigentlich nur die Ausbrüche, die, wo die, wie soll ich sagen, Formationen einfach gebildet haben. Dann hatten wir hier nochmal einen kleinen Blick nach unten. Ja, wo sind wir hier bei 18.655. Die Kürze wurde stark nach oben aufgekauft. Somit ist davon auszugehen, dass der Kurs dann wieder weiter steigt. Mit dann nach dem steigenden Anstieg hatten wir wieder ein Rising Wedge gebildet. Das in der Regel auch nach unten ausbricht. Was es dann auch getan hat. Wir sind dann aber auch über 19.000 geblieben. Das heißt, wir hatten hier unser Ausbruchsziel nach unten. Ja, bei knapp 19.70 wurde mit dieser Kerze hier dann quasi auch erreicht. Aber diese Kerze wurde dann sofort nach Erreichen des Preisziels wieder nach oben aufgekauft. Wenn wir so eine Kerze sehen, die ist jetzt nicht übermäßig stark. Wir kennen da andere Kerzen. Dann ist es aber so, dass der Kurs eigentlich dann auf jeden Fall auch wieder nach oben geht. Dann hatten wir hier in dem Bereich kam dann der Kurs wieder an die untere Linie als Widerstand. Und dann kam diese schöne, ja, grüne hohe Kerze. Ja, das war man natürlich wieder manipuliert, weil wenn alle Grenzen durchstoßen werden, auf einmal innerhalb von einer Stunde kann man davon ausgehen, dass es eine Manipulation ist. Von diversen Pumpgruppen und oder. Und dann ist es meistens so, dass der Kurs, nachdem er vielleicht hier nach oben geht, vielleicht hier auch einen Rising Wedge bildet, auf jeden Fall nochmal an den Ursprungspunkt, ab dann der Pump startet, also ungefähr hier, so bei 19.1, 19.2, circa in diesem Bereich, auf jeden Fall wieder runterkommt. Und dann konnte man sehen, dass der Kurs hier in diesem Bereich ein symmetrisches Dreieck formte. Vielleicht noch mit einer weiter unteren Unterstützung, das ist diese Linie. Auf jeden Fall kamen wir an den Ursprungspunkt zurück, wo der Kurs angefangen hat zu pumpen. Und es sind wieder hoch, wieder runter, wieder hoch, wieder runter. Ja, und haben das symmetrische Dreieck geformt. In der Regel ist es so, dass das symmetrische Dreieck 50-50 nach oben oder nach unten ausbrechen kann. Je nachdem, in unserem Fall sah es kurz aus, wie wenn es nach unten geht, aber deswegen haben wir hier unsere Unterstützungslinie. Und dann ging er steil nach oben. Wieso er steil nach oben geht, zeige ich euch gleich. Oder möchte ich euch kurz zeigen. Dann hatten wir, und dann kam genau quasi das, was wir alle schon erwartet haben, dass wir langsam eigentlich wieder höhere Volatilität brauchen. Und die kam dann auch natürlich sehr, sehr stark. Und jeder guckt auf den Chart und denkt so, was ist denn da los? Wir sind dann relativ stark gepumpt und sind durch die 20.000 durchgeschossen. 7 Stundenkerzen waren, 7 grüne Stundenkerzen, und zwar hoch bis 20.000. Dann brauchen wir definitiv eine Bestätigung, ob 20.000 Dollar halten. Dann sahen wir, dass wir die Bestätigung bekommen haben, und zwar hier. Also hier ging der Kurs nochmal um 20.000. Wurde leicht nach oben aufgekauft. Die erste Kerze ein bisschen mehr, die zweite Kerze nicht ganz so. Aber dann kam der weitere Auftrieb nach oben und kam hier oben hin bis 20.000. Dann hatten wir nochmal einen Rückgang auf die untere Linie hier, das auch wieder ein Rising, ein Rising Wedge bildet nach diesem starken Ausbruch. Dann hatten wir wieder einen Pump gestern Mittag hier hoch auf 20.000. Und ihr seht, wir sind im Stundenchar, und wir hatten bei 20.800 einmal Abverkauf, zweimal Abverkauf, dreimal Abverkauf. Das heißt, da oben gehört dann irgendwann die Fahnenstange auf, sage ich mal. Die Luft ist so ein bisschen raus. Dann haben wir über Nacht ein bisschen seitwärts gelaufen. Und dann habe ich euch hier diese Ausbruchslinie, beziehungsweise hier wieder einen Pfeil reingemacht, wo ihr seht, ein Rising Wedge tut zu 70%. Und die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass es nach unten ausbricht, wie nach oben. Dass es nach unten ausbricht, das wäre das Preisziel, wären wir bei 20.130, circa. Vielleicht nochmal 20.000. Sind wir jetzt aktuell auch wieder an der unteren Unterstützungslinie. Und jetzt müssen wir einfach mal gucken, ob das aufgeht. Ob wir sehen, ob der Kurs natürlich hier diese Linie unterschreitet. Und zwar, warum denken die Leute oder haben die Leute gedacht, dass wir eigentlich unseren großen Ausbruch nach unten haben? Zeige ich euch, das ist relativ einfach. Und zwar habe ich dazu den, ne den nicht, nicht der BLX, aber ich habe einen anderen Indikator dafür, beziehungsweise ein Index für Bitcoin. Und zwar formte Bitcoin, ich habe es in der Chartanalyse, in der App an mehr oder weniger auch schon erwähnt, ein Descending Triangle. Und zwar so, nachdem wir die 30.000 Dollar verlassen haben, hatten wir immer wieder hier unten Unterstützung. Dann ging der Kurs wieder hoch, wieder runter, Unterstützung, wieder hoch, wieder runter, Unterstützung, wieder hoch, wieder runter, Unterstützung. Und jedes Mal haben wir hier quasi die Punkte als Widerstand. Hier oben, hier unten, hier wieder, hier wieder als Widerstand. Wir sind hier im Tageschart, um es einfach ein bisschen besser zu denken. Normalerweise ist es so, dass dieses Descending Triangle meistens nach unten ausbricht. Wenn wir uns das mal angucken, wir machen jetzt mal ein moderates Preisziel. Wir sagen jetzt nicht von hier oben, wir sagen jetzt einfach mal hier. Gehen wir mal runter auf die 18.3, 18.5 und setzen das mal ungefähr so in einem letzten Drittel, letzten Viertel hin. Ja, wie ihr seht, hätten wir eigentlich ein Preisziel von ja, 11.500, 12.000, wenn wir es nicht ganz so ernst nehmen, sage ich es mal. Weil das Preisziel kann man nicht hier oben abhängig machen und dann hier runter. Das wäre zu viel, das wäre auch ein bisschen unwahrscheinlich. Wenn, dann müssen wir es ungefähr von der Mitte nehmen. Ja, 11.000, 13.000, 12.000, also 13.000, wenn, dann hier. Aber viele haben ja spekuliert drauf, dass sie sagen, oh, Bitcoin geht einfach nochmal runter auf 13.000 Dollar und genau auch deswegen und natürlich wegen der präzentalen Anteile, die ich euch ja schon mal erklärt habe. Jetzt ist es leider so, dass durch den Pump nach oben quasi Bitcoin eben nicht nach unten ausgebrochen ist, wie es beim Descent and Grind eigentlich üblich ist, sondern nach oben. Jetzt ist die Frage, ist das ein Fakeout und kommt der Kurs immer noch runter? Gehen wir eventuell noch weiter hoch bis 24 und gehen dann runter? Oder gehen wir gar nicht mehr runter? Sehen wir kein Lower Low mehr? Ist das unser Boden? Ja, sagen kann euch das jetzt keiner. Viele spekulieren drauf und jeder, der sagt, das ist der Boden, shit happens. Tut mir echt leid, aber ich glaube nicht, dass die Leute recht haben. Wir wissen es nicht. Wir wissen es einfach nicht. Und ich lehne mich dann nicht aus dem Fenster und sage nachher, haja, das ist der Boden aufgrund von anderen Chartdaten. Aber aktuell wissen wir nicht. Wir wissen es erst, wenn verschiedene Sachen eingetreten sind und wir können dann in der Vergangenheit sagen, das wäre der Boden gewesen oder das ist der Boden. Ich kann nur jedem sagen, kauft nach, so wie ihr wollt. Wir hätten natürlich auch Longtrades hier unten eröffnen können und und und. So, wir gehen jetzt aber nochmal zurück, was ich euch auch noch zeigen wollte, in den Stundenchart. Wir lassen mal hier drin, ich lasse alle Linien weg. dieser Ausbruch. Wir teilen uns im Bildschirm mal und ich habe hier unten, sieht es ein bisschen anders aus, ich habe hier unten mal den S&P 500 drin. Und zwar wissen wir ja so ein bisschen, dass sich Bitcoin eigentlich so an andere Märkte anlehnt oder die Kurse quasi, ja, wie soll ich sagen, also irgendwo gleich laufen. Ja, nennt man auch Marktrauschen und egal, ob es jetzt der S&P 500 ist oder der Dow Jones. Ihr seht, es läuft alles so ein bisschen ähnlich. Ich setze mal so direkt drunter. Genau. Natürlich ziehen die sich gegenseitig hoch und ziehen die sich gegenseitig runter. Je nachdem, ob die Märkte geöffnet sind noch nicht. Aktuell sind die Märkte noch geschlossen. S&P 500 und Dow Jones öffnen um 15.30 Uhr nach unserer Zeit. Das sind die amerikanischen Börsen. Wir haben noch hier eine eine Nikkei-Index-Börse von Japan. Die ist eigentlich auch immer offen, weil es der japanische Yen ist. Und natürlich haben wir noch unseren DAX in Deutschland. Der öffnet bald auch. Aber ihr seht, der DAX, der S&P 500, also der S&P 500 und der Dow Jones laufen relativ gleich mit Bitcoin. Also haben wir gerade eine sehr starke Korrelation. Jetzt ist die Frage, wer zieht hier wen mit? Und finde ich sehr interessant. Und zwar, als wir genau in diesem Punkt hier unten bei 18.6 hier waren, war das beim Dow Jones zum Beispiel hier und beim S&P 500 war das dann dieser Punkt hier unten. Genau. Das vielleicht ein bisschen näher, enger zusammenziehen. So, und dann seht ihr, Kurs geht hoch, geht wieder ein bisschen runter, geht wieder hoch, geht wieder ein bisschen seitwärts und dann kam zack, dieser Ausschlag. Und dieser Ausschlag ist genau unser Ausschlag hier oben bei Bitcoin. Genau so, wenn wir sagen, wenn wir hier unten drin sind und sagen, Dow Jones genau das gleiche. Wir hatten hier unten der Kurs noch mal runter und dann kam er stark nach oben. Das ist dann diese Bewegung gewesen. Dann ging er ein bisschen seitwärts, ein Stückchen höher und dann pam, auch nach oben. Ja, ein bisschen höher, seitwärts, zack, nach oben. Also, was sagt uns das? Wir können einfach so ein bisschen auf die angrenzende Märkte, Hauptmärkte gucken. Also, ich weiß nicht, der DAX, wir sind ja jetzt nicht so ein großes Land. Der DAX ist da jetzt vielleicht nicht so ganz entscheidend, hängt aber trotzdem mit drin. Wichtig wäre auf jeden Fall, also was wir hier sehen, ist einfach die Korrelation zwischen SPX und Dow Jones, also S&P 500 und Dow Jones und dann müssen wir so ein bisschen gucken, wer hier wen mit wohin zieht. Die Kurse laufen relativ gleich, wenn die Märkte offen sind. Aktuell, Bitcoin ist ja immer offen. Aktuell ist es so, Bitcoin geht schon ein bisschen runter und die anderen Märkte stehen, weil sie zu sind. Und jetzt kann es natürlich sein, wenn diese Märkte jetzt öffnen, wir gehen einfach mal den S&P 500 und wir sehen, er ist ein bisschen runtergegangen, Bitcoin ging gestern auch ein bisschen runter. Jetzt muss man gucken, wenn der öffnet und der Kurs vielleicht hier unten steht, dass ja quasi, da gibt es hier so eine Lücke, das nennt man Gap, entsteht eigentlich bei den Börsen immer, weil die nachts ja zu sind und dann kann es sein, der Kurs zieht nochmal an und Bitcoin zieht auch nochmal an. Also, achte da mal vielleicht so ein bisschen drauf, dass ihr einfach seht, dass die Börsen und Bitcoin natürlich aktuell so ein bisschen zusammenhängen und was natürlich auch noch zusammenhängt, ganz klar ist Ethereum. So, Ethereum kam erst nach dem starken Ausbruch nach oben ein bisschen mehr zu tragen. Wir hatten hier manchmal auch verschiedene Sachen, auch ging es nochmal runter auf die 1200, hier sehr stark ausgeprägt, also hier unten. Dann schoss der Kurs wieder hoch und auch oben so ein bisschen an so eine Widerstandslinie, die kann ich jetzt glaube ich gleich noch zeigen. Dann kam der Kurs wieder hoch an die Widerstandslinie, wurde abgeprallt und dann formte Ethereum hier in diesem Bereich manchmal größer. Auch ein Design in Triangle, das nach unten ausbricht, dieses hier und tat es auch. Also Preisziel waren ungefähr hier unten bei 1270, 1271, kam der Kurs auch nochmal runter, bevor dann natürlich gleich wieder aufgekauft wurde und ging dann wieder runter. Also bei Ethereum hatten wir einfach immer so eine Preisspanne zwischen 1225 und 1270, mal kurz die 1220 angetestet. So und jetzt kommt der Pump. Ebenfalls Kurs geht runter unter 1270. Die Kerze wird sehr, sehr stark aufgekauft. Die Kerze wird sehr stark aufgekauft. Dann folgt eine grüne Kerze, nochmal grüne Kerzen und nach diesem starken Aufstieg, ja, wieder ein Rising Wedge, bricht nach unten aus, weil er war von Range nicht stark und hat natürlich auch wieder das Preisziel hier in diesem Level erreicht und dann ging der Kurs steil nach oben. Das war der erste Ausbruch, das war die Manipulation bei Bitcoin und zieht natürlich hier quasi so parabolisch auch mit Ethereum nach oben auf 1365. Dann ging der Kurs, nachdem es hier angefangen hat zu pumpen, auch nochmal runter auf 1330. Auch die 1325 wurden nochmal bestätigt als Unterstützung. Dann formte Ethereum ein Ascending Triangle, das meistens nach oben ausbricht, brach auch nach oben raus, weil hier dann stark die Kerze kommt. Ich muss aber dazu sagen, erst brach Ethereum aus, stark nach oben, wenn man es so zeitlich mal verglichen hat. Erst kam Ethereum nach oben, sehr stark, hat das Preisziel erreicht, also dann quasi hier in dem Bereich. Und dann erst kam Bitcoin und dann sehen wir ja den starken Anstieg nach oben, was ich euch gezeigt habe mit dem Börsengraf aktuell. Und ebenfalls, ja, weiter, 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 höher, weiter, schneller, hätte ich mir schön gesagt. Auf jeden Fall sind wir bei 1580 angekommen, als Widerstand und aktuell so ein bisschen seitwärts. auch ein Rising Wedge bei Ethereum gebildet, das das Preisziel nach unten bei 1500 hat ungefähr. Wir sind auch schon aus dem Rising Wedge hier schon ein bisschen seitlich raus. Jetzt kommt die Frage, öppen nochmal hochgehen auf die 1580, ja, oder jetzt einfach unter Preisziel nach unten korrigieren, eventuell im Laufe des Tages. Müssen wir mal abwarten. Wir machen mal alles raus, gehen auch bei Ethereum einfach mal geschnitt und auf den Wochenchart. Schauen wir uns da nochmal kürste Linien an. Ja, man könnte meinen, ich weiß, das haben viele schon gesagt, huch, das wollte ich jetzt nicht, dass wir hier ein W formen. Wenn wir hier ein W formen würden auf dem Wochenchart, also Wochenchart ist ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen unwahrscheinlich. Könnten wir ja sagen, wir haben hier einen Head-and-Shielders-Pattern. Wenn wir das Head-and-Shielders-Pattern ausführen lassen, dann wäre ich immer bei 0. Deswegen sage ich, klar haben wir hier mehrere rote Wochenkerzen und wieder hoch und wieder runter und könnten hier sagen, okay, das ist ein W. Aber sehr unwahrscheinlich im Wochenchart, weil einfach, wenn hier oben die Nackenlinie steht, bei 19, äh, 1930 Dollar und wir gehen von hier runter und machen jetzt mal, sag, nicht erschrecken, aber wir machen mal die Linie bis 1000. Und jetzt setzen wir die Linie hier oben auf die Nackenlinie. Ja, dann wären wir wieder bei 2400. Aber, wie gesagt, im Wochenchart recht unwahrscheinlich. Wir müssen auf den kleinen Timeprames bleiben, eine Stunde, vier Stunden, ein Tag vielleicht. Ähm, ja, aber ansonsten ist die Wahrscheinlichkeit der Pattern einfach nicht so gegeben. Dann schauen wir auf unsere Moving Average Linie, unsere 200-Wochen-Linie, sind wir drüber, die liegt bei 1300, wir sind aktuell bei 1500 bei Ethereum. Liegen wir drüber, heißt aber nicht, dass wir nochmal drunter gehen können, obwohl Ethereum nur kurz drunter war, nur 1, 2, 3, 4, 5 Wochen und hier natürlich auch ganz stark an der, an der Linie als Unterstützung so ein bisschen rumgetänzelt ist und, ja, unsere 200-Wochen-Linie wie gesagt, die 150-Wochen-Linie liegt hier oben bei 2, 3. Da werden wir, also wenn der Kursrück nochmal so hochgehen sollte, jetzt in abgezählbarer Zeit dieses Jahr, hm, schwierig, dann werden wir hier auf jeden Fall nochmal Abverkauf sehen. und natürlich genau das gleiche gilt bei Ethereum wie bei Bitcoin einfach abzuwarten, ob wir nicht doch nochmal ein Lower Low sehen. Machen wir die Linie mal wieder raus, bumm, bumm, alles andere wieder rein, zack, so und wie gesagt, jetzt müssen wir einfach mal abwarten, ob man vielleicht nicht doch mal nochmal runtergehen, aber prozentual gesehen schauen wir uns das mal an, bei Ethereum nach dem Ausbruch prozentual gesehen hoch 18% Ausbruch, also, sehr stark, bei Bitcoin sind es nicht ganz so viel, bei Bitcoin sind es nur 8%. Also seht ihr, die Erfehlung ist ein bisschen stärker geworden wieder und jetzt ist es gerade so, dass Bitcoin hier so ein bisschen ausbricht, beziehungsweise noch die Unterstützung hält an der unteren Linie. Was machen unsere Dominanzen? Unsere Dominanzen sind fallend, also Bitcoin ist wieder unter 41,5%. Nach dem starken Ausbruch ging es mal kurz hoch, die Leute haben investiert oder, beziehungsweise der Kurs und jetzt aktuell sehen wir das wieder so einen leichten Zurückgang bei Ethereum. Das ist auch so, da seht ihr die Stärke von Ethereum, die ich gemeint habe, gerade eben, durch die Dominanz, wenn die Dominanz steigt, waren wir bei 20% vom Gesamtmarkt, Gesamtkruptomarkt, 20% hat Ethereum eingenommen und deswegen hat Ethereum auch mehr gepumpt als Bitcoin. Genau. Also, wir bleiben dran, und vergesst nicht, wir haben einen neuen Partner, unsere BitGet Börse. Ich packe euch den Link auch wieder unten in die Kommentare. Meldet euch an, ihr unterstützt mich so ein bisschen in dem, was ich jeden Tag für euch tue. Ich versuche euch ja so ein bisschen einen Mehrwert zu bieten und unser neuer Partner, die Exchange BitGet. Es kommt noch ein Tutorial-Video raus, wo ihr seht, wie einfach die Börse aufgebaut ist und könnt euch gern mit unserem Link registrieren. Wie gesagt, ihr helft mir einfach so ein bisschen dabei, allein schon durchs Anmelden. Ihr könnt natürlich ganz normal eure Coins kaufen auf dem Markt. Ihr könnt Future Handel betreiben, 0% Trading Gebühren auf Spot aktuell und 350 gelistete Coins. Könnt ihr nichts falsch machen. Könnt ihr dort kaufen, verkaufen und unterstützt mich und uns, Kryptonauten, ein bisschen. Und in diesem Sinne sind wir dann eigentlich auch schon durch. Ich wünsche euch eine schöne restliche Woche. Wir lesen uns in der Kryptonauten App. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.